so was habe ich denn schönes äh chat ihr dürft wieder mithelfen wenn ihr Bock habt egal wie wir rocken das jetzt so Brian hier Japan, Blume, Schaum, Leben Neon, Jupiter, Bauer und Brot die du müssen anfangen easy win für uns also Bauer und Brot sehe ich eine Verbindung Blume und Japan kann man bestimmt verbinden Shepard kommt eh gleich wieder auf seine Stromleiste wenn ich zum Beispiel Kirschblütenbaum mache schon wieder könnte man Blume mit reinnehmen gibt es irgendwas was mit Baum ist Busch könnte man noch eventuell aus Versehen dabei erwischen das ist kein Problem ich kann dich betreuen wie schön das jetzt ist wenn Baloui gestunden ist so ein Arsch ey Shepard ich kann dir auch auf die nächste Games kommen Rollstuhl mitbringen also ich hab hier schon eine geile Kombi gefunden wenn man nicht mal weiß was man verbinden wollte weil er auch mit den Gründen die ganze Gute dann kannst du noch so Dinger drauf drücken und das Ding spricht für dich Bauer, Brot, Leben und Blume passt zusammen ja das stimmt also ich hätte hier schon mal einmal so ein Begriff einfach Brian da könnte man dann Mutter für Muttersöhnchen Leben nicht im Griff aber dann fehlt da fehlt noch Vater Busch, Junge, Bauer, Blume hätte man nehmen können wenn man Brian reinschreibt Hamburger ich hab die Wörter noch nicht einmal angeguckt wenn man mal Eis essen Riese könnte man für Brian nehmen hast dir mal denken weil er ja so klein Lebensmittel geht nicht dafür ist Mühle und Honig mit drin das Leben des Brian könnte man auch nehmen also Shepard ich hab dich von der Games kommen nur außerhalb des Geländes gesehen Rot, Bauer, Blume das stimmt BBB, die 3 Bs habe ich nicht mehr gefunden ähm der ist bei der Wahl was überall du hast mich auch Landwirtschaft aber Landwirtschaft ist auch die Müde drin das ist wir haben ja mal reingephotoshoppt Landwirtschaft könnte Frau Frau 3 Mutter als Vermutung ja das könnte aber auch Blume sein ne nein nein ne die Stiefmutter wir sind mit euch in der Friege also ne das ist aber auch eher Hamburger achte Scheiße die Frau dann lasst uns von denen nicht belabern könnte auch von dem Bauer die Frau sein und lass doch schon mal Zeck Witwe und Mutter doch schon mal einloggen meine Frau kocht dann brennt es aber ich glaube auch es könnte auch das Stiefmütterchen sein das ist ja auch irgendwie eine Frau aber dann würde er mit Blume meinen weil Blume ist auch ein Fingerhut warum Blume ja wegen dem Stiefmütterchen ne ein Lebenschaum das ist schwer das hat ein junges Mädchen aber das hat eine Stiefmutter mit einer Blume aber ich überlege gerade könnte es vielleicht nicht auch was mit dem Jupiter zusammenhängt meine die Mutter entert als Futter für Löwen kennt ihr die ich weiß ja das wollen wir nicht alles was ich mit Brot machen Doppelbacken oder sowas kommt überall Mühle mit rein leider safecall mit safecall Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen oder die Frau im Busch das wäre lustig aber easy denkt für sowas nicht ne was ist denn der Wagen aus wie Frau auch keine Autofahren ein bisschen auch wenn ich habe ursprünglich glaube ich Männer waren Gasplanet Neon und Jugel sind das denn beides Gasplaneten sind das das aber stimmt Schotten haben ja auch ein Kid aber wir können generell Planet nehmen oder also Widmer und Frau Jupiter Neon Achso Gas oder Leben das Leben ist nur etwas wert mit einer Frau das stimmt schon wild wenn man nicht auf Frauen steht ist das Neon Gas Boah die das wissen stimmt das könnte auch sein ja angenommen Neon ist nicht drauf finde ich geil also ich kenne immer nur wenn die Frau kocht das ist brennt ja wie tut es nein aber ich fand ich einfach zu gut Gericht ich nehme ich nehme sowas Vorschlag wir haben Frau noch eins offen ja Gasplanet Jupiter ist ein Gasplanet ja nicht unbedingt weißt du gar nicht also Brot Futter Honig ist der Jupiter denn überhaupt ein Planet das wäre geil ja ist ein Planet ein Gasplanet ein Gas riesen ja dann nehmen wir den auf jeden Fall schon mal was kann man noch was können also wenn mir der Damenplatz dann könnte das auch ein Gasplanet werden was ist Neon Neon oder eine Farbe achso aber neon fluriert in Gas ne wenn ein Gasplanet brennt dann ist es eine Sonne ja die Sonne die Sonne ist aber kein Gasplanet nein achso aber sie ist ein Riesen ja jetzt wettlich so peinlich Gasplanet ist ein Gasriese ne ich schäfer doch die Solove ja miss wir haben sie gerade so enttäuscht wirklich einfach wie dieser Bauer Frau und Neon ist ein Gas dass das jetzt eben er hätte auch einfach essen nehmen können da hätte man dann Brot Honig Hamburger Futter Gericht alles dabei gehabt Gericht ja stimmt aber das könnte auch das Gericht sein sind das nur drei Worten oder hat das ist richtig dumm Strudel könnte es auch sein wenn das blaue Begriffe sind dann macht der also was ist mit dem Gasstrudel ich bin einfach so ein dummer Neon ist es Neon hat mit Gasplanet nichts zu tun hat weder mit Gasplanet mit Dings natürlich Neon Riese Gasresen aber ich weiß nicht aber der Gasstrudel ja eben der Strudel wegen dem Sturm auf dem Jupiter aber das Problem ist hat er das wirklich alles auf den Jupiter bezogen ich versuche ich versuche das Wort zu trennen ich suche etwas mit Gas und einmal Planet Jupiter war der Planet was könnte noch mit Gas sein Neon Gas Neon 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 wie wollen die ganz klar sein Neon ist kein Gas ich glaube du bist schon relativ richtig Neon ich hätte das auch genommen ist Neon ist doch ein Gas oder? ja Neon ist ein chemisches Elemente , Periodensystem ist ein Edelgas Neon ist ein Edelgas richtig Edelgas Futter stell mal vor du isst so richtig geiles Chili ich schnack ihn weil ich auch sage Neon ist kein Gas da kommt der Strudel raus das ist eigentlich ein Wirbel und kein Strudel ich kann mich was bei Louis dann lass uns dann lass uns mal den Riesen nehmen einfach bitte nehmen Riesen komm das ist okay das ist okay es ist halt wirklich jetzt nur geraten aber Gas brennt er könnte auch an Schatraten einfach nix an die Gas Planet nur Planet ja ein Planet ist ein Riesen ich bin ja nicht mehr überlegen was was noch im Weltall zu tun hat weißt du schon Japan ist im Weltall hätte er jetzt nur Gas genommen dann hätten wir auch Base ja aber weil man ja mit Gas auch quasi so Grill beheizen wir dürfen nicht vergessen irgendwo ist für uns noch eine Frau definitiv irgendwo auf diesem Planeten das ist einfach okay diese aber da hat er auch mit Frau kann er glaube ich auch Leben gemeint haben weil Frauen sozusagen Leben gebären also das ist ja sehr schön also ich glaube Leben ist auf jeden Fall safe aber dann merken wir schon mal Strudelstrudel kannst du halt auch Leben auf dem Gas Planet kannst du aber nicht du hast die falsche T-Mails aber Frauen können Leben gebären ja da sind einfach auch noch Frauen Sachen noch das ist ja los dem Leben das ist okay für mich das ist ja wohl noch nicht schon mal komplizierter dann könnte er mit Gas Planet gemeint haben noch vielleicht die Schotten dicht machen aber das ist auch so schwierig als gehalten du musst doch noch die ganzen grauen Wörter die angucken und die anderen Wörter hat das damit nichts zu tun und ich glaube er kam niemals auf das Ding dass ich draufkomme Bauer sucht Frau aber das fand ich gut also das hat mich schon das hat mich mega abgeholt ich weiß nicht ob ich jetzt schon die Teams durchmischen ich glaube wir machen das heute so und wenn wir nochmal eine neue Lobby machen beim nächsten Mal dann mischen wir durch ich bin echt im Überlegen ich finde das ganz cool weil man muss sich so ein bisschen aufeinander einspielen das dauert immer ein bisschen deswegen sollte man das nicht zu sehr durcheinander würfeln wir haben alles in Gasbein Apfel ja Ball Adam und Eva Apfel isst man auch oft mit Honig Lock mal Strudel ein Apfelhonig gibt es auch der Honig wird aus Äpfeln gewonnen Apfel ist wild also hier werden wir noch ein Über-Guess also wie machen wir denn gleich also Apfel, Apfel erst mal Apfel Apfel ist auch Futter für Pferde was ist mit Apfelbranche? es gibt aber auch Pferdeäpfel Brandäpfel? Brandäpfel, ja was ist ein Brand? er kann auch Schnaps malen vielleicht trinkt er auch so wollte Kitschig aus aber warte ich brauche noch mal eine Flasche warte Apfelbrand dass er vielleicht denkt ey komm Apfelstrudel haben wir jetzt Apfelbrand wollen wir Brand und noch Leben nehmen? lass erst Brand nehmen? ja nein perfekt danke dann ist der Gasplanet wieder komplett woanders ich hätte es nämlich auch ich hätte das für Brandäpfel wo ist denn Gasplanet? wir haben noch ein ich muss mir das kurz aufschönen wir haben noch einen auf Apfel und einen bei Frau ja hier ist Blütenbaum wieso nimmt er nicht einfach Essen? dann hätten wir irgendwie Blütenblume ja komm und Japan wenn er jetzt nicht weiß, dass diese blöden Bäume in Japan sind dann haue ich dann haue ich wollen die wirklich einen auf die Nase ich glaube Leben ich glaube Leben ich glaube ich habe auch Frau Leben mit Apfel Apfelbrot also ich wüsste ganz genau was bei ich weiß leider ganz genau was bei Nui meint Honig wird ja von Bienen und so produziert aber es gibt ja auch Blüten wieso habe ich scheppern im Team Alter okay es gibt noch keine Kirschblüten glaube ich geh auf Blumen ja Blumen und Japan safe in Blüten in Japan Sakua Sakua danke Alter ja ja Sakua Kirschblüten auf jeden Fall safe okay dann würde ich easy hast uns so wie die beiden ich erwarte uns das so einfach wir sind so blöde was machen wir denn jetzt mit Neon und Rot wenn du wollte ich der Meinung ist Neon ist Licht Sachen sind alle grau wahrscheinlich du hast gar nicht so unrecht Neon Gasplaneten oder das denkt in der Neonröhre in der Lampe ist ja mit Gas gefüllt ja aber ist das den Gasplanet was soll es sonst sein mal ganz im Ernst ich komm schon nicht drauf ich wäre noch auf Brand gewesen ich wäre auch auf Brand gewesen aber Brand geht Vogelhaus ist Neon auch schon mal unser Vogelhaus ist auf jeden Fall der Hamburger hier geht doch einfach Vogelhaus was mit Vogelhaus wir gucken erstmal also es gibt diese Mühlen Vogelhäuser wie malst du die Vögel oder wie nein die sehen aus wie so eine Mühle das sind so und im Vogelhaus ist auch Brot aber auch Futter Vogelfutter ja Vogelfutter also ich wenn die mir das Leben vergessen wäre das schon ganz cool aber du klickst da mal drauf dann bin ich nicht immer schuld also wenn Balu ja okay Futter essen nimmt dann klicken wir Brot dann klicken wir Honig und die Vöglein haben Flügel ja dann haben wir noch die Frau mit Leben und wir haben noch die Äpfel wir haben noch einen Amts ja auch wichtig wir haben noch eine Frau 1 Frau und 1 Apfel würdest du sagen Flügel Glocken ich würde sagen Flügel und Leben Rogel haus ja sie steued Flügel kein Problem lebe für die Frau aber näher und denken wir dass das zum gastplaneten passt gibt es eine möglichkeit schaum zu kombinieren eine frau und einmal apfel er muss gleich er muss gleich das letzte müssen wir raten apfel rolle malu jetzt ein dreier wort macht sie beim arsch ich glaube oder apfel war eine ahnung von dem game eine ahnung ja luftblasen aber was ist mit brot das ist eine wilde idee machen noch gerne schaumbäder schaumbrot ich versuche es mal mit luftblasen luftblasen auf jeden fall schaum auch luftblasen er hat uns nicht mehr ich habe gesagt eins mehr nehmen also hat uns quasi ein einser wort gegeben aber in den tiering kann man auch luftblasen nehmen wir jetzt schaum nicht unbedingt schauen dass ich eins mehr geben soll und dann nehmen wir halt mehr und einfach näher noch für den gasplaneten aber das ist auch freimisch aber das könnte du könntest recht haben neonröhre ist mit gas gefüllt ja und ich würde es nicht aber die haben wir schon habe ich gegessen oh mein gott sie hätten das zu machen können wir hätten es zu machen was haben wir denn jetzt noch hätten wir nicht noch was er ihr habt ihr habt gerade ein zweier wort bekommen und ihr hättet dreimal gessen können das heißt das neon war was zum gasplaneten das heißt das gehörte nicht mit schaum war gar nicht beendet es geht darum ich hab bei louis gesagt er soll ein wort mehr nehmen als uns geht er hat uns quasi ein einser wort gegeben hat er hat euch ein zweier tipp gegeben aber er kommt eins drüber er kann trotzdem drei tippen ja das ist egal jetzt bin ich mal gespannt ob die den vierer hinkriegen ja das heißt wir haben rolle noch das ist alles weggeschmissen also wir müssen glaube ich flexen jetzt ja ich glaube ich hätte ich ein mach mach es gut aber ich glaube es hat nichts mit essen zu tun also ich glaube blut ist nach sony aus hamburgers das honigbrot wir brauchen mindestens ein dreier wir brauchen mindestens ein dreier großartiger das ist stark das ist stark schottensbritannien 3 schottens definitiv es gibt ganz begrümmten britischen honig und das britische brot auf jeden fall großbritannien es gibt auch viele hamburger in großbritannien mache ich auch gerne hast du nicht irgendwas von dem kild erzählt gibt es ja auch nicht gut ist ja ja das sind doch die schatten die schott mit ihrem kild aber ach so das meinst du denk mal um es ist auch ein land weißt die großbritannien hamburger für hamburg ja auch großbritannien gaben wir haben wir haben jetzt großbritannien wir haben erst mal ein kontinent das hat das rolle das rolle betrachtet eine rolle hat eine große rolle gespielt wo nicht bier man kann man sagen vielleicht ist es gibt kann man nicht auch sagen dass ich das probieren hätte ich gesagt gibt irgendwas gibt es berühmte rot oder sowas in großbritannien oder eine mühlen nein ich frage nicht die frage titus also ich glaube da gibt es große rollen weil da viele filmrollen gedreht werden wir jetzt rolle hier eine rolle gedreht das war und brot und brot und brot und weizen das kommt von bier und ferien bekannt viel mache ich mache in großbritannien ferien boah scheiße das ist noch ein haben wir noch ein bisschen das glaubt das war apfel oder frau apfel oder frau ich glaube frau sind wir schon längst raus fingerhut zu nähen deswegen war ich auf apfel hier ist ein apfel der apfel wagen vielleicht warum apfel wagen mit wagen was ist denn mit dem apfelbrot mit apfelbrot auch gut das weiß ich nicht das was da traue ich mich also ich sage ich bin ich muss ehrlich sagen ich bin zwischen diesen drei wörtern bin ich mir sicher bei gericht bin ich frau weil es könnte ja auch die frau richten und das ist richtig gewesen bei wagen könntest du könntest der wagen und beim brot gibt es ein apfelbrot ich kenne zwiebelbrot apfelbrot kenne ich nicht das gibt es dann machen wir das halt so dann lass da das von brot weg lass vom brot weg wir schließen fingerhut aus verschießen busch aus hamburger machen wir weg ja mühle machen wir weg also bleiben machen dann gäste oben weg also würde ich zwischen gericht wagen und honig sein würde ich rausnehmen wenn du sagst du nimmst wagen schafft es nicht leute ja dann lass auf das auf gericht gästen oder würde ja machen wir das auf gericht gehen auf die brot natürlich brot aber auch die mühle sollen nein aber der apfel busch das macht doch gar keinen sinn für auf das luft im brot ja ja das mit luftbläschen war war mit mit dem brot mit luftbläschen natürlich nicht und dann droht und die neon gas ist edel gas ja hatte ich danach ist kein gas das dritte wort bei frau war futter ich dachte ihr denkt vielleicht in die macht frauen futter deswegen hat er auch kein essen genommen weil haben was war aber ich wäre auch im leben nicht auf busch gekommen da hätte ich sagen jetzt sagt ihr präsident ehemaliger präsident aus den us und a so schwachen kein einzig wort bei mir dabei bisher auch gekommen ist was richtig schwer diesmal aber wir haben noch reingepflegt ich habe es ja gesehen weißt du die müssen noch drei wörter zwei neon haben so zu 100 prozent und nehmen sind auch nur zwei wörter können wir die hätten zu machen können ja ich habe das ich habe das nicht gehört dass wollte gesagt hat er will ein wort mehr haben wegen neon auf jeden fall das habe ich nicht mitgekriegt leider aber großbritannien war mega strong da hätte ich sogar busch drin gesehen irgendwie in irgendeiner art und weise dann den busch gesehen usa hätte ich busch gesehen aber in britannien sind trockene büsche auf inseln oder so mit der weise die rolle rolle war jetzt in großbritannien gar nichts mit inkludiert das war einfach nur weil die die beiden waren sich so sicher apfelrolle 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 das haben sie auf jeden fall drin ich fand es will dass scheppern immer wollte dass ich lebensmittel sage alter dann wäre jemand auf hamburger gegangen zum schluss war es echt war schon klar dass da dann das schwarze ja es war so knapp war doch super